Sonja, Pimmens, der Pino, die ganze Pepe-Lienhard-Band, halt einfach unser gewohntes M&G-Team hat sie begrüsst zu unserer heutigen Live-Sendung, die wir jetzt gerade haben. Schweiz, Deutschland und Italien. Aus diesen drei Ländern rekrutieren sich die Künstler, die heute dabei sind. Und gerade das nächste Lied kommt so ganz lässig, gemütlich vom Süden und aufgeschlendert. Das ist das Lied, das seinem Sänger den zweiten Platz im Sanremo-Festival garantiert hat. Jetzt wissen Sie, wer es ist. Das ist Toto Cotugno. 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 Serenata, amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia. Serenata, serenata, amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Das letzte Mal, wenn Sie sich erinnern, bei Musik und Gäste Siegerlied vom Festival San Remo gebracht haben, wäre das jetzt der zweite Platz von Toto Cotugno. Toto Cotugno ist übrigens schon hin und wieder einmal bei uns während der acht Jahre Musik und Gäste auch zu Gast gewesen. Aber der Gast, der jetzt an der Reihe ist, der ist das allererste Mal bei uns. Es ist auch das erste Mal bei uns.